Als allererstes war ich auf der Loslösse. Das war der 85er. Das war, wenn man von der Kapelle gerade offen durch eine Wahl ist, war der Ton. Und unter dem Krötmann hat schon ein paar Zustellungen gemacht, aber nicht so weit. Der Junge war ein bisschen fühlerlich, schon jünger. Da hat er gesagt, Mama, fust sie nicht weh? Dann haben sie ihn wieder auf die Achseln genommen. Dann habe ich einen Rucksack gehabt und dann habe ich zwei Flaschen Petroleum gehabt. Und die, die ist ein Jahr jünger gewesen, habe ich gesagt, Geli Didli, du bist ja brav, dafür wirst du mitgehen. Die Postel 7 habe ich wieder ein bisschen gerufen und angerufen, weil jetzt ein Zug auf dem Weg ist. Und sie haben gesagt, nein, dann bin ich vorwärts gelaufen und musste im Gleis laufen. Ein Stück drin war wieder eine Ausstellung, da konnte ich wieder umgehen. Und... Ja. Also einmal habe ich den Buben auf dem Rücken runtergehalten und gesagt, Maike, so wo. Und das war gerade vor der Länge eine Brücke. Vor dem ist es ein kleines Denär von unserem Wächterhaus. Und dann höre ich den Zug und ich lasse mich hinten fallen und ziehe ich zu Maike auf dem Bauhof. Und der Bub ist schon nach mir drin. Der hat geschreit, dass es den Vater bei sich gehört hat. Der Schwiegervater ist schon rausgekommen und hat uns den Balken nicht ausgeschaufelt. Und dann hat der Vater eine Kühe hergegeben, eine Schmuckenkühle. Und haben zwei, drei Gäse gegeben, aber die Brüder Gäse. Die sind alle gekommen. Da haben wir sie dann angeholt. Und aber die Bohnen hat sie fressen können. Die Leute haben das Gras nicht. Und dann hat man es halt wieder einmal weiter oben gebunden. Und dann hat man es aber laufen lassen, wenn sie da waren. Und auf einmal, der Hendrik und ich konnten mit der Wahl sagen, da wollen wir es sagen. Und dann auf einmal hören haben wir dann, nee, 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 nee. Er hat gesagt, er hat zuerst einen Schnellzug erschossen. Das Gleis ist es gewesen. Jetzt sind wir geguckt, jetzt ist der Gäse unter dem Zug gewesen. Halb, ein halb.